Oh, zapft es, so wird es auch in diesem Jahr ertönen. Im Brauerspannung startet das Oktoberfest diesmal am 23. September mit dem extra gebrauten Oktoberfestbier, das beliebte Maronado. In den Gasträumen und dem großen Gierzelt, die total bayerisch ausgestattet sind, wird immer freitags und samstags Livemusik für die gute Stimmung und geselligem Beisammensein sorgen.